Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Robert Mitchum, der als tollkühner Pilot eine ganze Schlacht entschied. Charles Bronson als Fiero. Ein eiskalter Killer, der ein makabres Spieler fand. Es war ein grausamer, brutaler Kampf. Ein Kampf für einen Mann. Für Pancho Villa. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020